Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen immer noch in München. Wir werden mal wieder meinen Lieblingsdöner in München besuchen gehen. Bin ehrlich, heute ist Montag, so will ich einfach mal in die Woche starten. Einfach mal einen leckeren Döner-Teller essen, warum nicht? Wir treffen uns mit Iso dort. Viel Spaß in diesem Video. Brandy, oder? Ja. Wann kommen wir circa an, Chef? Wie lange circa? 30 Minuten. Okay. Es ist wirklich lange her, dass ich dort war und ich muss sagen, ich freue mich jetzt drauf. Einfach Döner-Teller essen am Montag, um in den Tag zu starten. Was willst du mehr? Ich habe hier jetzt auch in, wie heißt es? Ja, perfekt, es ist so dunkel, dass man eh nichts sieht. Genau, mit Zuschauern war ich wieder essen. Auch für euch gilt, wenn ihr mal mit mir essen gehen wollt, schaut bei Instagram vorbei, schreibt mir. Oder ich mache meistens auch eine Umfrage, wenn ich in irgendwelche Städte komme. Und dann kann man mal zusammen was essen gehen. Leider. Versteht ihr? Dieser Rat bin ich schon sehr oft gewesen. Wenn ich jetzt nicht alles täusche, fahre ich sogar an meinem Lieblingsburger-Kick vorbei. Früher habe ich in Bogenhausen gewohnt, bevor ich nach Ägypten damals gegangen bin. Und dann bin ich immer, manchmal nachts habe ich so Cravings gehabt, bin einfach zu diesem Burger King hier gefahren. Warst du Unfall gebaut, gell? Ja, das ist ein Eckminder der Frau. Ich glaube, dass Männer besser Autofahren können als Frauen. Low fraud. Zwar nur ein Witz. Perfekt, hier Chef. Hier passt? Ja. Danke. Bitte. Ciao, ciao. Okay, schönen Tag noch. Ebenfalls. Nice fit? Klar, bro. Das war heute am Freitag, wo ich das Volk ist, mit Hau, bin ich da? Ja. Hi, Simons. Eine dünne Rucksbüte mit Reis. Reis. Alles gut. Was ist das? Tröke? Bisschen, ja. Ich weiß, dass hier auch Krasch mit Pide und so. Das könnte man in die Mitte zum Teilen vielleicht machen. Mit was willst du? Reis, oder? Willst du mit Reis? Also mit Pommes. Ja, dann können wir beide essen. Ja, ich esse mit Reis und sag bei mir mit Schafskäse. Tamam. Ich hätte gerne zwei Döner-Teller. Pommes, Reis. Reis. Hier essen. Hier essen, ja. Yes. 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 Auch ein bisschen Strohne. Ja. Perfekt. Auch ein bisschen Käse. Ja. Nur bei dem anderen nicht. Alles gut. Auch ein bisschen Paparoni. Ja. Absolut. So. Mit ein bisschen, mein Bruder. Perfekt. Die zweite genauso, oder? Big man. Wie als hättest du Büro, Digga. Warte, warte. Renni ist briller noch. Oh, jetzt gehörst du ein Song, Song. Perfekt, Digga. Du brauchst diese Käse hin. Oh, ist der Bruder. Ich hab mir schuld. Ein bisschen Foto für dieses Bein. Machen meine Kopf. Bei diesem Bein? Dieses Bein, ja. Diese große Aschmars. So. Das war's in Ägypten, oder? Ja, ja. Ägypten auch, oder? Syrien waren wir jetzt auch. Syrien auch. Schön. Schön, oder? Freie, Leute. Hier ist in der Straße. Ja, das Einzige ist halt viel kaputt. Viel kaputt. Aber ansonsten ist alles normal. Diese Gebäude und so, alles kaputt. Ja, Katastrophe. Sehr schön. Man sieht gut aus, so. Alle nett. Alles super. Hier ist in der Straße. Alles super. Dieser Mann macht so Foto für diesen Mann. Zum Chef? Ja. Machen wir das. Machen meine Kopf kaputt. Ich schwöre dir. Die kommen, machst du keine Foto, die kommen bei mir. Warum machst du mit mir so? Dann lassen die machen mir ein Foto. Ich mache bei dir Foto. Ich mache bei dir. Du bist der wichtigste Mann hier. Danke, danke. Also, sind wieder beim Jango's Freunde. Immer sieht alles top aus. Kann mich nicht beschweren. Hinten, ihr seht selber der Teig für das Brot. Da wird alles frisch vorbereitet. Die Jungs haben Spaß beim Arbeiten, sind ein gutes Team. Geben zusammen Gas. Und, ja, Isu kann schon gar nicht mehr warten. Sehen da hinten schon. Er will unbedingt essen. Ich würde sagen, wir hocken uns jetzt einfach hin. Genießen. Döner-Teller. Let's eat some food. Let's eat some. Freunde, wir haben hier auf jeden Fall einen riesigen Döner-Teller. Ich schwöre, gute Menge Reis, der sich unter dem Fleisch hier versteckt. Und wir müssen direkt erst mal das Fleisch probieren. Ich auch nicht. Deswegen musste ich heute einfach hierher kommen. Ich habe auch lange nicht wirklich Döner gegessen. Okay. In Syrien haben wir die ganze Zeit Schawarma gegessen. Aber. War krass, oder? Richtig lecker. Besser als Abohele. Nein. Ägypten ist Nummer eins. Ich sage dir ehrlich. Ja. Abohele war geistig. Abohele war number one. Number one forever. Ich sage euch so, wie es ist, Freunde. Diese scharfe Soße, dieser Reis, dieses Fleisch, ist gerade ein einziger Segen für mich. Döner-Teller, jetzt zu essen oder zu bekommen, war die beste Entscheidung gerade. Wieso hat sie nochmal Soße gerollt? Hat mir sogar Fleisch draufgekommen. Wusstest du mir nach Hause gehen wollen? Du bist fast ein neuer Döner-Teller. Das ist ein neuer Döner-Teller. Das ist ein neuer Döner-Teller. Das ist ein neuer Döner-Teller. Wie geht's? Wie geht's? Gut, danke dir. Bist du mal wieder bei diesem Döner-Misch, ne? Auf jeden Fall. Nummer eins. Ich habe einen Sucuk-Döner gegessen in Berlin. Ja, ist geil schon. Nach dem Leben. Ne. Den mal wie es ist. Das einzige, was Probleme ist in der Stadtbessen, ist hier so Pressfleisch und es verbrennt immer. Das heißt, du musst entweder abschneiden oder du kriegst ein bisschen verkohltes Sucuk. Das ist ein bisschen scheiße. Das war's auf jeden Fall mit dem Besuch bei Cengos. München-Trip ist vorbei. War sehr schön. Die Sonne ist schon untergegangen. Es ist dunkel. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was wir weitere für Läden testen sollen in München. Bis zum nächsten Mal. Peace. Hast du noch was zu sagen? Ich habe den Randy wieder gesehen nach dem Pizza-Video. Es kommt auf jeden Fall noch ein paar zwei. Safe. Ja, man. Es kommen noch ein paar Teile mehr. Auf jeden Fall, bro.